Wir haben die rechte Tore gekriegt, die rechte Tore gekriegt und wir spielen ja Fußball und Dotsball deshalb, weil man nicht nur den Ball dotzen kann, der da liegt, sondern auch noch die Mitspieler. Freunde, übertreiben uns nicht. Ihr seid ja auch schon jenseits der 15. Lass uns nicht ganz so wild anbieten. Klar, wer die meinten Tore schießt, hat gewonnen. Zwei Minuten Spielzeit. Das ist mein Anpfiff. Achtung, ich halte, du. Auf die Gänse. Fertig. Ja, gar nicht so wild. Hier gibt es einen neuen Ball. Hier gibt es einen neuen Ball von mir. Hier. Achtung, Vicky. Hier ist er. Luna, hier. Tschüss. So. Andere Pferde von Roland. Kommerati. Kein Stehenfußball. Weiter geht's. Weiter geht's. Dann ist er all wieder hinter euch. Ja, klar. Ja! Applaus Danke, Leute. Also nur noch 30 Sekunden zu nehmen. Wir holen doch noch ein Fußballspiel. Die Holländer sind kein Fußballspiel. Bereit, ist er gespielt? Ja, super. Achtung, Luna, komm! Fünf, vier! Fünf, vier, vier! Achtung, Luna, der Scheveke! Piaz, Uloß! Piaz, Uloß! Piaz, Uloß! Vielen Dank.